Hast du Zeit? Tina ist wieder zu Hause. Ich bin wieder da. Ich hab euch richtig vermisst. Mir haben unterwegs so viele Leute geholfen, dass mein Dankbarkeits-Label auf 14 gestiegen ist. Ich habe ein Souvenir mitgebracht. Das Ebenbild von Edibe von Essand lässt dir etwas ausrichten. Das war's. Ich denke, ich werde bald wieder aufbrechen. Hang on! Touch in a photo! Ja gerne. Vielen Dank. Ich kann gar nicht aufhören zu essen. Das erinnert mich an früher. Ich kann gar nicht aufhören zu essen. Ich könnte immer weiter essen. Ich kann gar nicht aufhören. Ich kann gar nicht aufhören. Ja, ja. Ist noch was übrig? Ja. Schmatz, schmatz. Das erinnert mich an früher. Suddenly, ich kann gar nicht mehr. Er ist so gut. Schmatz, schmatz. Schmatz, schmatz. Eine inhale. Sie ist so gut. Ich kann gar nicht aufhören. Tja, es ist so gut. Ich denke, ich werde bald wieder aufbrechen. Gerne. Das wäre eine gute Idee nach der langen Reise. Night, Mom. Tomorrow, goodbye. Ich werde nicht heimkommen, bis ich die ganze Welt bereist habe. Whatever, say goodnight. 23 o'clock 59. And then, 0 o'clock 0. Du kochst immer noch am besten von allem, Mama. Irgendwann werde ich auch mehr Zeit mit dir verbringen, Vater. Ich werde nicht heimkommen, bis ich die ganze Welt bereist habe. Get out of here! Morning, 6 o'clock. Say goodbye. Du kochst immer noch... Dann mache ich mich wieder auf. Vielleicht bis bald einmal. Bye! Oh! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.